Was ist am Stetten? Ja, am Stetten ist auf jeden Fall kein leichter Gegner. Die haben einen guten Lauf, stehen eigentlich immer kompakt, aber trotzdem sind sie schlagbar. Und mit der Aggressivität und Leidenschaft, wie wir die zweite Halbzeit gegen St. Pelton gespielt haben, wissen wir, dass wir sehr unangenehm sein können und wir können auch auf jeden Fall das Spiel gewinnen. Und mit der Unterstützung von den Fans müssen wir gemeinsam schauen, dass wir da jetzt aus der schwierigen Phase rauskommen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass das am Freitag uns gelingen wird.